und damit herzlich willkommen zu diesem video aktuell spiele ich sehr viel phasmophobia mit freunden und seit neuestem gibt es da diese verfluchten gegenstände und unter anderem darunter auch die tarot cards ich habe mich in photoshop drangesetzt und habe die mal ein bisschen realistischer gemacht natürlich kann man die in phasmophobia vielleicht nicht so realistisch übernehmen da das ja auch immer noch ein game sein soll und die grafik begrenzt sein soll aber ja das wird jetzt hier mein remake zu den tarot cards wenn es euch gefällt lasst ein like und ein abo da und dann wünsche ich euch jetzt viel spaß mit diesem video let's go so 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 so